Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Kräuter Fürth. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Olaf Janssen und Slatko Dedic. Wie immer die erste Frage an unseren Cheftrainer. Herr Janssen, wie sieht es um den Kader aus? Welche Spieler stehen Ihnen für Montag bei dem Auswärtsspiel in Fürth zur Verfügung? Ja, das Feld der Verletzten lichtet sich eigentlich so langsam. Wir haben sicherlich noch Markus Scholz, der weiterhin in Reha ist. Alban Saba ist noch in Reha und Tobias Kempe, der aber auch schon sehr gute Fortschritte macht. Genau wie der Markus Scholz, die beide eigentlich vor ihrem Plan sind. Wir haben mit dem Adnan Mawac einen Spieler, der sich ein bisschen mit einem Effekt rumschlägt, jetzt zwei Tage nicht trainiert hat. Aber ich auch davon ausgehe, dass er sich erholen wird. Christian Fjell laboriert auch leider immer noch an seinen Oberschenkelproblemen, die sich als sehr hartnäckig herausgestellt haben. Da hoffe ich einfach, dass er dann im Laufe der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zu uns stoßen kann. Und wir haben mit Marvin Stefaniak einen Spieler, den ich heute Morgen aus disziplinarien Gründen sozusagen aus dem Kader gestrichen habe. Er hat einfach gegen unseren Teamgedanken sozusagen verstoßen. Ich habe mit ihm auch länger darüber gesprochen heute Morgen. Ich bin guter Dinge, dass er das verstanden hat. Denn es geht sicherlich um seine Karriere. Und da muss er einfach im Kopf klar sein. Und die Tür ist nicht zu. Ich bin mir sicher, er wird auch wieder zurückkehren zu uns nach einer gewissen Denkpause, die er jetzt von mir bekommt. Er geht erst mal wieder zurück zur U19 und wird dort trainieren und spielen. Und auch bei der U23 am Wochenende wird er da eingesetzt. Aber ich habe einfach diese Maßnahme auch gewählt zum Wohle dieses Jungen, dass er wieder zurück in die Spur findet. Das ist soweit. Vielen Dank soweit. Slatko gegen Paderborn ist dir endlich der erste Saisontreffer gelungen, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat. Wie viel Erleichterung schwebte darin mit? Ja gut, ich bin sehr zufrieden natürlich mit dem Tor und sehr glücklich dazu. Aber ich wäre noch mehr glücklich, noch mehr zufrieden gewesen mit drei Punkten natürlich. Und ja, schade, aber es ist gut für mich und für die Mannschaft. Das habe ich wieder getroffen und ich hoffe, dass es jetzt geht so weiter. Gab es auch ein Lob von deinem Vater? Ja, war sehr zufrieden gewesen. Bis die 84. Minute auch her. Ja, schade, es hat nie geklappt. Aber okay, weiter jetzt gehen wir weiter. Ja, ich sage mal, das ist eine Geschichte, die geht nur uns was an und ihnen was an. Das möchte ich auch nicht, dass es in der Öffentlichkeit breit getreten wird, weil es da nicht hingehört. Und auch zum Schutz des Spielers einfach möchte ich nicht, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Er ist ein sehr junger Spieler und da braucht er auch unsere Unterstützung. Und von daher ist das eine Sache, die einfach nicht an die Öffentlichkeit gehört. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich das nicht möchte, dass es öffentlich diskutiert wird. Wenn ihnen das hilft, dann kann ich sagen, dass es kein Vergehen sozusagen auf dem Platz war, sondern einfach eine Geschichte, die mit der Zusammenarbeit von uns allen zusammenhängt. Und von daher liegt das nicht auf dem grünen Rasen, die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, nochmal meine Bitte, wenn wir das jetzt zum zentralen Thema hochhängen, dann wäre das einfach völlig am Ziel vorbeigeschossen. Aber ich sehe es auch als meine Pflicht als Trainer an, wenn eben ein Spieler nicht mehr dabei ist, das wird ihnen ja dann auch nicht entgehen, das ihnen auch einfach mitzuteilen. Ich habe auch diese Entscheidung für diesen Spieler getroffen, für den Spieler. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass er wieder zurückkommt und wieder auch zurück in die Spur findet. Aber wie gesagt, ich denke einfach, dass er diese Denkpause einfach braucht. Ja gut, wir haben Greuther Fürth gesehen. Ich habe auch diese Saison Fürth gesehen ein paar Mal. Und die sind in diesem Moment in sehr guter Form. Das haben die auch gezeigt gegen Union Berlin. Und die haben eine junge Mannschaft, aber mit großer Qualität. Sie sind Spieler und ja, wird für uns sehr schwer. Aber wir sind auch in einer guten Form und bei uns fehlt noch ein bisschen Glück. Und wir vorbereiten uns sehr gut für dieses Spiel. Ja, wird schwer für uns, aber ich denke, das wird schwer auch für Greuther Fürth. Und schauen wir mal, was passiert am Montagabend. Ja, also ich glaube, dass sicherlich am Montagabend meine Mannschaft kräftig durchgeschüttelt wird. Davon können wir mal ausgehen. Sie sind in der Offensive extrem flexibel und variabel und können einfach aufgrund ihrer Spielweise dem Gegner sehr, sehr wehtun. Aber ich habe meine Mannschaft darauf eingestellt und werde sie auch weiter darauf einstellen. Und zum Thema, da haben wir nicht zu verlieren, kann ich nur noch mal wiederholen. Wir haben einfach diese drei Punkte zu verlieren, die es am Montagabend zu verteilen gilt. Und wenn Greuther Fürth uns eine Option lässt oder eine Möglichkeit, diese drei Punkte mitzunehmen, dann möchte ich, dass meine Mannschaft bereit ist, das auch zu tun. und entsprechend stellen wir uns auf dieses Spiel auch so ein, dass wir ihnen das Leben so schwer wie möglich machen und darüber hinaus einfach auch selber im Spiel nach vorne mutig sind und auch unsere Qualitäten, die wir zweifelsohne gerade in der Offensive auch in unserer Mannschaft haben, dass wir die auch auf den Platz bringen. Und das hoffe ich, dass uns das am Montagabend gelingt. Ja, kann ein Vorteil sein, aber es ist auch für ihn ein Vorteil, weil er kennt auch uns. Und ja, Hesel ist ein sehr guter Torwart, er hält überragend, auch in dieser Saison ist er sehr, sehr stark. Ja, schauen wir mal, was passiert am Montag. Ich hoffe, dass wir wann kommen in Chancen, dann kann er auch diese Chancen am besten nutzen. Ja, der VfL Borum hat natürlich gerade in diesem Spiel nicht nur wegen den beiden Toren, die sie gemacht haben, natürlich überragend in die Tiefe gespielt nach Balleroberung. Und sie hat sehr gut nachgerückt, so sind beide Tore gefallen. Das ist sicherlich so, dass Fürth natürlich extrem offensiv spielt, zwei Außenverteidiger hat, die sehr, sehr hoch stehen. Und natürlich dann, wenn man denn dann mal den Ball verliert, wenn man natürlich anfällig in der eigenen Abwehr ist, wenn der Gegner halt es schafft, dann einfach schnell umzuschalten. Und das haben die Bochumer sehr gut gemacht. Sie haben auch als Mannschaft gut verteidigt. Sicherlich war es auch so, dass sie das Quäntchen Glück hatten in der einen oder anderen Situation, wofür es sicherlich hätte zum Ausgleich oder zum Anschlussstreifer kommen können. Das ist eben in dem Spiel nicht passiert. Aber sicherlich sind die beiden Dinge in diesem Spiel sehr auffällig gewesen. Ja, das war und das wird auch weiterhin Thema bleiben, auch in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Ich glaube nicht zu sehr, dass es was mit der Art und Weise, wie man verteidigt, das heißt, in welchem System oder in welcher taktischen Formation, sondern es ist immer ein Stück weit auch eine mentale Geschichte. Das heißt, wie sehr ist der Spieler darauf eingestellt, der Ball kommt genau hierhin, wo ich jetzt stehe und nicht, dass er denkt, naja, der wird schon nicht hierhin kommen, wo ich bin. Und daran versuchen wir zu arbeiten, dass jeder bereit ist und präsent ist, wirklich diesen Ball aktiv zu verteidigen. Und wenn uns das gelingt, dass wir diesen Schalter im Kopf umlegen, dann glaube ich, werden wir auch deutlich stabiler sein können. Sicherlich ist es so, dass gerade Gräuter Fürth in diesem Bereich natürlich durch ihre vielen extrem starken Kopfballspieler sehr, sehr gefährlich ist und das ist sicherlich eine schwierige und sehr herausfordernde Aufgabe für uns am Montagabend. Ja, dafür spricht nichts und dagegen aber auch nichts. Also von daher ist es das, was ich gesagt habe, man muss jedes Spiel vor jedem Spiel die Uhren auf Null stellen, sich neu formieren und fokussieren auf den Gegner und auf das Spiel. Und das, glaube ich, wird uns gelingen und wenn uns das gelingt, dann ist es einfach so, dass der Gegner dann ein zähes Spiel vor sich hat und ich bin einfach überzeugt, dass wir gerade, was die Offensive betrifft, genügend Qualität haben, den Fürth dann wehzutun und deswegen interessieren, auch wenn die Vergangenheit positiv gelaufen wäre, würde uns das auch nicht helfen in diesem Spiel, sondern wir müssen dieses Spiel neu angehen und werden dieses Spiel neu angehen und von daher ist in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, wenn ich das Gladbach-Spiel noch mit einbeziehe, war es immer so, dass wir im Spiel waren, dass die Mannschaft will, sehr viele Dinge einfach auch schon umgesetzt hat, die wir erarbeitet haben und ich sehe keinen Grund, dass ich einen Zweifel daran haben sollte, dass es am Montag anders sein wird. Wir werden morgen im Jugendleistungszentrum trainieren, weil ich schon unter Flutlicht trainieren möchte im Hinblick auf das Montagsspiel und das Training ist öffentlich und an dem Sonntagabend und am Montagmorgen werden wir in Fürth trainieren. Könnte ich, will ich aber nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, der Eindruck täuscht nicht, dass es ein wirklich enges Rennen ist. Also ich muss sagen, alle setzen sich extremst ein, sind absolut präsent, geben ihm im Training Gas. Als Beispiel kann ich da auch den Sovian Benjaminer nennen, der noch nicht aufgetaucht ist, sozusagen, aber auch er hat mich in der Woche schwer beeindruckt und es ist eben auf dieser Position eng und da sind wir halt auch breit aufgestellt, worum ich nicht böse bin und von daher werde ich jede Woche einfach den nächsten Gegner in Betracht ziehen, die Trainingsleistungen und mich dann versuchen, für die richtige Formation zu entscheiden. Natürlich, und das ist auch selbstverständlich, hatte in der Woche so ein bisschen der Mika so einen kleinen Hänger, einfach, was seinen Kopf betrifft, was seine Körpersprache betrifft, aber ich denke, das ist auch nicht unnormal, wir haben uns gestern noch mal zusammengesetzt und ja, wir uns einfach noch mal Szenen angeguckt haben, die ihn so ein bisschen haben wieder lächeln lassen, denn da gab es ja in den letzten Jahren etliche davon, schöne Momente, die der Mika hier hatte und von daher hat er genau die gleichen möglich, die Chancen wie alle anderen und auch bei ihm ist es so, dass ich nicht der Trainer sein möchte, bei dem er es eben nicht geschafft hat, sondern der Trainer sein möchte, der ihn wieder dahin zurückführt, wo er mal gewesen ist, aber er muss sich auch dem Konkurrenzkampf stellen, der da ist und er ist einfach wichtig auch für eine Mannschaft, wenn man den richtig annimmt, ich habe auch heute die Jungs im Training oder nach dem Training sehr gelobt, in dem Trainingsspiel, was wir hatten, wenn man dem zugeschaut hat, mit welcher Energie und mit welcher Leidenschaft dann auch beide Mannschaften zu Werke gehen, ist es auch das, was uns halt weiterbringt, also wenn man eben gequält wird, in Anführungsstrichen von seinem Gegner und die Meter auch mal wehtun, aber das ist das, was uns am Wochenende erwartet und von daher habe ich mich also auch noch nicht entschieden, um darauf zurückzukommen, wer denn am Montagabend auf dem Platz steht, was die Sturmsache betrifft. Ich weiß nicht, wer ist gesetzt, meine Aufgabe ist nur, dass ich, wie alle meine Kollegen immer Gas gibt auf dem Platz und da ist dann ein Trainer entscheidet, wer spielt, aber ich bin auch sehr zufrieden mit den Trainings, weil alle wirklich Gas geben und alle sind da, alle wollen helfen und ja, es ist schwer, Job für Trainer, aber ich denke, dass jeder Trainer wünscht sich so eine Situation. Ich habe immer gesagt, ich will nur auf mich konzentriert sein und natürlich mit allen Kollegen habe ich schon gespielt und mit allen habe ich schon gut gespielt und ja, deswegen für mich ist es nicht diese Aufgabe, dass ich sage, wer geht da, wer spielt neben anderen oder wer spielt zusammen. Da ist ... Nein, ich sage, nein, das ist meine Meinung, ich bin nicht da, dass ich sage, mit wem will ich spielen. Da ist natürlich Trainer, wer kann entscheiden, ich bin da, dass ich gebe Gas, wie immer und versuche mich da vorne zu stellen und jeder kämpft für sich. Ja, wir haben morgen um 18 Uhr Training im Jugendleistungszentrum die Mannschaft wird dann glaube ich 12.30 Uhr gegen 12.30 Uhr Mittagessen am Sonntag und fährt dann gemeinsam nach Fürth. Ich bin dann bei dem Spiel in Sandhausen und schaue mal das Spiel live im Stadion und stoße dann später in Fürth dazu. In Fürth werden wir dann um 18 Uhr zusammen trainieren und dann am Montagmorgen noch eine lockere Einheit machen und dann am Montagabend das Spiel bestreiten. Wir werden auch in Fürth nochmal übernachten nach dem Spiel, weil ich keine Nachtfahrt sozusagen haben möchte. Wir spielen dann ja schon wieder und es ist besser, wenn die Jungs dann nach dem Spiel behandelt werden können und ins Bett gehen können und sie ausschlafen können und wir dann am nächsten Morgen in Fürth nochmal ein Regenerationstraining machen und werden uns dann Dienstag Mittag wieder zurück auf dem Weg nach Dresden machen. Dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anstoß ist am Montag um 20.15 Uhr. Das Spiel kommt live im Free-TV auf Sport 1. Die Stadiontore öffnen um 18.45 Uhr. Die Tageskassen haben geöffnet. Im Gästebereich wurden bisher 1.218 Tickets verkauft. In Fürth insgesamt 10.500. Insgesamt rechnet man in Fürth mit 12.000 Zuschauern. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz aus Wiesbaden 36 Jahre alt. DFB Schiedsrichter seit 1999. In der zweiten Bundesliga pfeift er seit 2004 bisher 76 Spiele und zuletzt mit Dynamo Beteiligung. Das sollte uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben. Am 3. Februar 2012 beim Heimsieg gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth das Spiel endete mit 3 zu 1. Die Bilanz ist insgesamt positiv. Drei Spiele, zwei Siege und eine Niederlage unter diesem Schiedsrichter. Zuletzt noch der Nachwuchs. Die U23 spielt am Sonntag um 14 Uhr gegen FC Grün-Weiß Pisteritz. Die U19 hat Spiel frei. Die U17 spielt auswärts am Samstag 11 Uhr beim VfL Osnabrück. Und die U15 hat ein Heimspiel am Samstag um 11 Uhr gegen Rasenballsport Leipzig Sportpark Ost drauf Platz 15. Bis Montag Gute Anreise. Tschüss. Tschüss.